alle leute und herzlich willkommen zu far cry primal ja zum kleinen let's play natürlich hat klasse ist klein aber was gibt's neues ich habe jetzt hier mal gespawnt gerade eben und wir machen heute mal das hier ist die zeit dass wir da mal hingehen und ja weil letzte folge war ein bisschen einerseits kacke halt weil wir den dachs gesucht haben und ich möchte ja noch ein bisschen mehr zeigen zum lück haben wir von kompletter winterkleidung wir brauchen aber noch ein bisschen hiervon was ich mich auch nicht lange aufhalten mit irgendwelchen idioten muss ehrlich zu geben bisschen sammeln nebenbei ist ja in ordnung das brauchen wir sowieso und bevor ich jetzt hier die ganze zeit nur rumlaufe und irgendwelche leute töten die ganze zeit wo es schon umgeht bevor die missionen richtig angefangen haben ist ja auch kacke richtig ja halbwegs genau da aber wir können auch den stein holen das brauchen wir uns alles noch ein bisschen weil guck mal wenn ich jetzt hier rauf gehe doof das war das war das war hier irgendwo ich guck mal nach schnell fix ja quell ok ich hätte es doch vorhin gesehen also das haben wir noch noch tod brauchen ein bisschen naja wir müssen heute sowieso nicht schlecht für Dings das wir erstmal richtig aufpowern können natürlich genug ähm Pfeile haben natürlich für die Mission kleine Ziege ich sammle trotzdem ein bisschen ich will schon noch ein bisschen mehr haben das wir also wo weiß der geschehe darf das denn So, nochmal Karte. Da sind wir. Beschütze die Venya. Das wollte ich gar nicht machen. Oh, das ist ja geil. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Sind das alle jetzt? So, ich will weiter. Keine Lust, das hier eigentlich zu machen. Muss ich ehrlich zugeben. Sie wird anders. So, ich will weiter. Das ist ein Wettbewerb. Komm, Digga. Hier. Das geht alles an unserer Zeit ab, ey. Und das kratzt mich auch ein bisschen an. Ich wollte eigentlich nur die eine Mission da machen. Und das war's. So. So. Da lang. Müssen wir einsammeln, ist richtig, aber dann... Komm, gehen wir nochmal hier runter. So. Dorf. Ja, komm. Also, hier kann ich das zu... Ach, hier kann ich das nicht machen. Okay. So. 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 Okay. Was gut am Ball da. Toll, Windjamal, Chazar, Guilla. Eine Auslustung. Da rüber oder was? Wir schaffen den Kletterhaken, ok. Hier, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den Kletterhaken, ich habe den Kletterhaken. Ich habe den Kletterhaken, ich habe den Kletterhaken. Was hast du denn gefunden? Brauchst du nicht. Das brauchst du doch nicht. Ich habe den Kletterhaken, ich habe den Kletterhaken. Ganz, ganz kleiner Cut. Ich bin sofort stehen geblieben. Kein Problem. So ein Dreck heute. Was ist denn hier los? Ich habe den Kletterhaken. Ich habe den Kletterhaken. Ich habe den Kletterhaken. … Kletterhaken. Du bist gut. Oder beackeier. Ich habe den Kletterhaken. Kick um rüber. Ich habe den Kletterhaken. Der Kletterhaken. Der Kletterhaken für alle Wider. Der Kletterhaken. Der Kletterhaken. Das ist ein Mann. Du hast mich nicht mehr. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Das ist ein Mann. Komm her. Du bist du Mann. die ist aber stärker nicht heute sicher ich nehme einfach mal mit aber schon da hinten und dann rum würde ich mal behaupten naja und wir sind draußen so Schlafgetütteltes Feld ist auch alles hier. Schlafgetütteltes Feld. 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 Was ist das? Und dann kann ich ja da stehen. Wir sind draußen. Wir haben es geschafft Leute. Ich bin mal gespannt was da jetzt kommt. Ich bin mal gespannt. 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 Und bis dann dann. Ciao. Ciao.